Ihr habt abgestimmt, Freunde. Welcher Dresser war in 2022 der erfolgreichste, die beste Neuvorstellung aus unserem Sortiment? Johannes, lass uns direkt einsteigen. Dresswatches, hast du einen in der Sammlung? Ich habe tatsächlich sogar den Gewinner in der Sammlung. Deswegen, ich bin sehr, sehr happy. Tatsächlich ist die wahrscheinlich gerade so an der Grenze zu Dresswatch, aber die meisten würden wahrscheinlich trotzdem sagen, dass es eine Dresswatch ist. Sonst hätte sie die Kategorie von euch auch nicht gewonnen. Starten wir direkt rein, Benedikt. Lass uns direkt rein starten. Wir starten mit einer Marke, die für Dresswatches eigentlich steht. Aus Deutschland, aus Glashütte. Wir waren in der Fabrik unterwegs. Nomos Glashütte. Glückwunsch an Nomos hier fürs Treppchen. Auf jeden Fall. Also ein riesen Ritterschlag auch, denke ich, für so eine junge Marke, die wirklich alles richtig macht. Ob das im Design, im Marketing, in der Fertigung, in der Manufaktur sitzt. Also die machen wirklich im Prinzip alles richtig, was man als junge, deutsche und Glashüttermarke richtig machen kann. Das ist natürlich auch ein Status, den man stolz auch tragen muss und tragen kann, wenn man aus Glashütte kommt. Tangente, eigentlich der Klassiker aus dem Hause Nomos, jetzt in einer Platin-Grau-Variante vorgestellt. Das ist die Neuvorstellung dieses Jahr. Zudem haben wir hier das Neomatik, also das ist hier das mit dem Automatikwerk versehene Modell, in knapp 39 Millimetern. Ich finde es einfach klassisch, zeitlos. Man könnte jetzt noch mehr Worte in den Raum werfen, wie Bauhaus zum Beispiel. Aber am Ende hat Nomos für sich auch eine eigene Identität entwickelt und hat auch einen eigenen Zielkunden angesprochen. Und ich sage mal, gemeinsam mit diesem Shell Cordovan Lederband, wirklich eine tolle Kombi, die auch eigentlich in vielerlei Leben, in allen Situationen passt. Deswegen vielleicht kurz der Blick noch aufs Ziffernblatt. Wir haben diese kleine Schallplattenrifflung auf der kleinen Sekunde. Eine kleine Sekunde passt eh immer zu einer Dresswatch, auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, schön ruhig gehalten. Tolles Uhrwerk, made in Germany. Hier haben wir sogar draufstehen, made in Germany. Das Ding wird komplett in Glashütte produziert, bis auf, ich glaube, die Zugfeder. Ich glaube, die Spiralfeder wird, glaube ich, nicht in Glashütte selber hergestellt, aber auch in Deutschland hergestellt. Und dann am Ende, aber alles wurde konzipiert und wird zusammengebaut in Glashütte. Sehr, sehr schön. Das ist wirklich ein Stück deutsche Uhrmacherkunst, auf die ich heutzutage echt sehr stolz bin, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Mit dem Swing-System von Nomos. Und schaut man sich das Werk an, also es ist unverkennbar Glashütte. Also wenn man sich die anderen Marken, die Preispunkte deutlich darüber liegen, teilweise anschaut, die DNA in Glashütte ist einfach festgelegt. Und Nomos schafft es trotzdem, das ins neue, moderne, frische Junge zu bringen. Hammer. Kurz der Blick auf die Fakten hier. Wir landen bei 38,5 mm im Durchmesser. Wir haben hier mit 5 Bar Wasserdichtigkeit eine halbwegs alltagstaugliche Uhr, würde ich sagen. Also wenn man nicht gerade bei einem Dreizeiger, muss man sich da eigentlich relativ wenig Sorgen machen. Denke ich auch, die 50 Meter sind hier in Ordnung. Wir haben den Automatikkaliber, wie angesprochen, aus Glashütte. Und das Ganze zu einem Preis von 2.580 Euro. Auch da ist es Manufaktur, alles in-house hergestellt. Definitiv. Und wenn man da sich das neue Line-up von Nomos anguckt in diesem Jahr, dann fällt die Tagente Neomatik 39 in Platin Grau definitiv auf. Wir bleiben in Glashütte für den zweiten Platz. Auch aufs Treppchen geschafft hat es ein Stückchen die Straße runter. Union Glashütte mit der 1893 Johannes Dürrstein. Was sagst du zu der Uhr? Erstmal ist es natürlich eine Uhr, die meinem Namensvettern gewidmet ist. Deswegen auf jeden Fall da schon mal Sympathiepunkte vergeben von meiner Seite. Tatsächlich, was ich am geilsten finde, ist einfach auch wieder typisch Glashütte. Man kennt es von den großen Marken wie Arlange und Söhne, dass man in deutscher Schrift teilweise die Funktion aufgeschrieben hat auf dem Ziffernblatt. Wir haben die Gangreserve, wir haben die Gangreserve ausgeschrieben. Ich finde auch sehr schön, dass das außen in die Minuterie, in den äußeren Ring, in diesen Emaliering reinschneidet. Genauso bei der kleinen Sekunde, dass die reinschneidet und dass wir da auch nochmal den Schriftzug Handaufzug haben. Für mich ist die Uhr möglich. Ja, die sieht erstmal deutlich teurer aus, als sie ist. Man könnte wirklich vermuten, es wäre eine wirklich der großen Glashütter oder teuren Glashütter-Marken. Ich denke, mit der Größe hat das wahrscheinlich relativ wenig zu tun. Union ist ja eine große Marke. Unglaublich schön, wirklich gelöst, das Ziffernblatt. Die Größe ist auch etwas sportlicher. Also wir haben hier wirklich eine, in Anführungszeichen, sportliche Dresswatch, auch durch die Wasserdichtigkeit. Das ist, ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch so zu sagen soll. Mir schreiben wirklich viele Leute bei Instagram auch immer, wie geil diese Uhr ist. Wir haben sie leider aktuell zwar nicht auf Lager, aber schaut unbedingt bei Alte bei uns auf der Seite vorbei. Dort findet ihr die Uhr. Schaut euch unbedingt die Stats zu der Uhr an. Vielleicht haben wir sie gerade verfügbar. Sonst bestellen wir sie aber auch immer gerne Lieferzeitsicht her. Was ich schön finde auch, sind die gebläuten Zeiger. Klar, du hast natürlich die ganzen Glashütter-Charakteristika im Uhrwerk auch da gegeben, aber auch auf dem Ziffernblatt mit der deutschen Schrift, den gebläuten Zeigern. Und na schön, dieser Grauoptik sieht man relativ selten so. Auch diese Farbe, diese Textur. Und was mir auch gut gefällt, was die häufig machen bei den Johannes-Dürr-Ständen-Editionen, ist die Eisenbahn-Minuterie aus Ziffernblatt rum. Das gefällt mir auch gut. Hat so ein, hat was sehr Klassisches. Und da finde ich, da passt Union perfekt rein, hier in unserer Dresswatch-Kategorie auf Platz 2. Definitiv. Du hast schon angesprochen, Platz 1 von euch gewählt. Auch ein Community-Favorite von der Marke her. Dein Favorite. Wer hat es geschafft? Ich habe sie an. Wir sprechen über die Grand Psycho SBGP 017. Die, ja, The Sea of Clouds. Das Ziffernblatt ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute von euch da draußen begeistert hat. Und deswegen die Uhr auf Platz 1 gewählt. Aber genauso das Gehäuse, 44 GS. Unglaublich schön. Markant, unverkennbar Grand Psycho. Tatsächlich eine Quarz-Uhr. Ich glaube, das ist auch die einzige Quarz-Uhr grundsätzlich, die nominiert war. Und sie hat es in ihrer Kategorie auf den 1. Platz geschafft. Ich denke, das spricht einfach dafür, dass Quarz nicht gleich Quarz ist. Und dass Grand Psycho Quarz wirklich mittlerweile auch immer weiter eine Akzeptanz gewinnt. Bei euch da draußen. Bei mir sowieso. Ich bin Quarz-Fan von Grand Psycho seit 1. Stunde. Das Allergeilste an der Uhr, was mich auch am Ende des Tages tatsächlich zu der Uhr gebracht hat, war der Glasboden. Man kann das Quarz-Werk unglaublich schön verziert durch den Glasboden sehen. Das bleibt einem bei den meisten neuen F-Grand Psycho Quarz-Uhren leider ein bisschen verwehrt. Hier, wir sehen auch das Besondere noch. Den Stern auf dem Ziffernblatt bedeutet, die Uhr ist nicht nur auf 10 Sekunden im Jahr genau in den Toleranzen, sondern sogar auf 5 Sekunden. Deswegen der 5-zackige Stern. Blaues GS-Logo. Ich könnte, glaube ich, noch eine halbe Stunde über diese Uhr reden. Ich fange an zu schwärmen. Aber Benedikt, was sagst du zu der Uhr? Ja, also ich sehe sie auch hier in live, direkt an deinem Handgelenk. Und die wirkt wirklich hervorragend, wunderschön. Kann mir vorstellen, gerade wenn wir jetzt über die Dresswatch-Kategorie sprechen, dass die auch an einer Lederkombi gut wirken könnte. Gerade das 44GS-Gehäuse, was dieses Design ist mit den Seiten, die so gerade Flächen, schön poliert in dem Zaratsu-Polish sind. Gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, an einer Lederkombi könnte ich mir die auch gut vorstellen. Gibt es aber per se, glaube ich, ab Werk gibt es die nicht mit Leder. Ab Werk gibt es die nicht mit Lederband. Es kommen jetzt immer mehr 44GS-Uhren, die am Lederband auch direkt kommen. Eigentlich war die bis jetzt immer fast nur am Stahlband. Mittlerweile gibt es da einige Sachen. Ich habe mich ehrlicherweise einfach noch nicht getraut, das Stahlband abzumachen. Die hat da schon ein paar gute Kratzer gefangen. Und eigentlich ist es auch relativ simpel, durch die durchstoßenden Hörner das Band zu wechseln. Aber irgendwie bin ich da noch ein bisschen zu schissig, wenn ich die Uhr noch ein paar Monate habe. Vielleicht traue ich mich da dran. Oder ich lasse es einfach den Nico machen, unseren Uhrmachermeister. Fair enough. Du bist auch nicht der Einzige bei uns, sondern wir haben auch noch ein paar andere Kollegen, die da zugeschlagen haben. Ich glaube, der Christoph aus Köln hat zugeschlagen, den ihr auch aus den Livestreams kennt. Und grundsätzlich ist die Uhr extrem gut angekommen. Ich glaube, ein, zwei Modelle haben wir aktuell sogar noch auf Lager. Tatsächlich ist die komplett ausverkauft. Komplett ausverkauft. Wir hatten eine, die musste nochmal in den Service. Wir haben die ausgepackt und die hatte leider einen Fehler am Sekundenzeiger, dass der nicht direkt den Indiz hier getroffen hat. Dann haben wir die nochmal zu Seiko eingeschickt. Dann kam sie wieder. Läuft natürlich perfekt. Ist aber auch mittlerweile weg. Also das war dann tatsächlich auch die letzte. Die ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Auch den Preispunkt geschuldet. Limitiert. 3.800 Euro für einen umfassenden 44-GS-Dresser von Grand Seiko. Klar, mit einem Quarzwerk drin, aber eben nicht irgendein Quarzwerk. Das 9F85. Aber wenn euch die Uhr begeistert und du sagst gerade, wir haben festgestellt, wir haben leider keine mehr davon. Die gibt es jetzt ja mittlerweile in einer ähnlichen Variante. Das ist zwar nicht ganz das gleiche Ziffernblatt, aber ähnliche Farbe. Auch mit dem neuen Automatikwerk, mit dem neuen Highbeat-Werk. Wunderschön. Auch in dem 44-GS-Gehäuse ist dann mehr so Frosted und nicht so dieser Wolkenlook, aber auch hellblau, wunderschöne Uhr. Vielleicht könnt ihr da noch zuschlagen. Grand Seiko und Ziffernblätter. Tolle Uhrwerke, tolle Gehäuse. Ihr habt abgestimmt auf Platz 1. Glückwunsch an Grand Seiko. Die Trophäe geht nach Japan in diesem Jahr. Ich bin gespannt, was im nächsten Jahr wird. Zweimal Deutschland, einmal Japan. Ich glaube, insgesamt spannende Kategorie. Danke euch fürs Abstimmen. Über 200 Leute von euch haben mitgemacht. Und ich hoffe, dass wir uns auch bei der nächsten Kategorie wiedersehen. Falls ihr Interesse an den Uhren habt, nicht vergessen, unten sind die Kontaktmöglichkeiten für euch und auch die Uhren, die wir euch zur Wahl gestellt haben. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.